drauf geschissen, dann knall mich lieber ab, Alter. Ihr wisst gar nichts über mich, weil ihr kleine... Krasser Typ. Krasser Typ, dann knall mich lieber ab. Boah, der richtig, richtig furchtlose Typ, Alter. So kann man reden, wenn man noch nie ne Knarre am Kopf hatte. Dann kann man so reden. Ich möchte sehen, dass du so redest, wenn du wirklich mal ne echte Knarre am Kopf hast. Das möchte ich mal sehen. Das möchte ich mal sehen. Und wie er sich dann in die Hosen pisst. Nimm mal ABK raus. Mach das stattdessen mit mir. Ich stell mich hier offiziell vor ABK. Und wenn ich dabei sein sollte, während du das versuchst, gucken wir mal, wer wem die Ohren langzieht. Wäre geil, wäre geil, wenn nach dem Lockdown irgendwie so ein YouTuber-Event ist oder so irgendwas, wo man sich trifft. Und dann will ich sehen, wie er das versucht. Und dann guckt mal, wer wen aufnimmt, wer wem die Ohren langzieht. Auf den heftigen Beef zwischen ABK und Babak. Ah ja. Da will ich jetzt mal rein, hier. Einfach Silvester verpennt, Mann. So, jetzt gucken wir uns das mal an, hier. Was ist denn hier los? Warum will dieser Love Island, will dieser Love Island-Typ den ABK die Ohren langziehen? Müller Kopfschmerzen, ich kotze die ganze Nacht lang. Mal hier, in die Flasche habe ich reingepisst, in den Eimer habe ich reingekotzt. In diesem Tuch habe ich meinen Mund abgewischt. Hier, seht ihr so Zitronen? Die habe ich so auf meinen Kopf getan, weil ich miese Kopfschmerzen hatte, zehn Stunden lang. Ich glaube sogar wirklich, dass ich Corona habe. Kein Spaß, ich muss unbedingt diesen Test machen. Ich habe aber gehört, man muss den selber bezahlen. Der kostet, glaube ich, so 70 Euro oder so. Aber das kann ich mir ja dank meinen letzten Videos leisten, auf jeden Fall. Das ist halt crazy. 500.000 Aufrufe, 34 Dollar. Bro, so viel mache ich mit 5.000, 6.000 Aufrufen. Läuft bei ihm. Aber ich glaube, das sind, äh... Boah, Alter. Wenn ich 500.000 Aufrufe auf ein Video hätte, Digi, da würde ich aber... Boah, lass mich mal rechnen. Da hätte ich so 3.000 Euro oder so. Und er hat 34,89. Läuft bei ihm. Also, wenn ich ein Video mit 500.000 Aufrufen hätte, so viel macht mein Kanal im, äh, Monat, äh, dann hätte ich 2.500 bis 3.000 Euro. Hat sich ja gelohnt. 50 Dollar, korrekt. Juhu und Söhne. Und er hat einfach 30 Euro, Alter. Ich... Hey, Leute, ich... Ne, das Problem bei ihm ist, seine Videos sind immer gelb. Und deswegen kriegt er die Kohle da nicht raus. Ich werde jetzt das H-Wort zensieren, damit ich sogar mit diesem schönen, gepflegten, jungen Mann Geld verdiene. Ja, als hätte ich den... ... für mich arbeiten geschickt. Das Jahr 2021 hat gerade erst angefangen. Wir haben jetzt schon den größten in so ein 2021 gefunden. Gebt euch. Boom! Was geht ab? Babak ist wieder am Start und wir reagieren heute auf ein Video von... Ja, dieser Typ hier. Babo Bob Babak. Ah ja. ABK, er ist zu scheinheilig, von daher, er steht auf meiner Liste Number One. Du kleiner H-Sohn! Zieht euch das mal rein, Alter. Zieht euch das mal rein, wie er den ABK beleidigt. Ich weiß, jetzt werden mir viele sagen, boah, dann mach das doch extra wegen Aufmerksamkeit. Sogar meine Freunde meinten, Bruder, mach kein Video bei dem. Er will sich nur an die hochzünden. Mir ist das scheißegal. Ich hab euch eh gesagt, dass ich in letzter Zeit sehr viele hasse. Ich sag euch, ich hab das kurz durchgeskippt. Mich hat das übelst aufgeregt. Mich hat das übelst aufgeregt. Weil das hier wieder ein Phänomen ist von ein vermeintlich stärkerer macht sich über einen schwächeren her. Wisst ihr? Und sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Das mochte ich noch nie. Wenn du offensichtlich körperlich überlegen bist, warum machst du dann so eine Faxe? Obwohl der Typ dir nichts getan hat. Also wenn er dir jetzt irgendwie doof gekommen wäre und keine Ahnung was gemacht hat. ... und Wut in mir habe und ich hab wirklich was gebraucht, wo ich meine Wut rauslasse. Der Satan hat mir echt dieses Geschenk vor die Füße genickt. Der will Aufmerksamkeit? Gib ihm Aufmerksamkeit. Ich bin sogar so korrekt, ich verlinke den sogar. Erster Link in der Beschreibung. Wie gesagt, der war irgendwie 2017 oder 2018 war da mal bei Love Island. Ich kenne den auch nicht. Ich kenne den auch nicht. Hey Army, klick drauf, bestellt ihm schöne Grüße von mir in den Kommentaren. Und noch an dich ein kleiner Tipp, Bruder. Ne, nicht Bruder, dann wäre ich ja auch einer. Der war sogar bei Love Island, der Arme. Der hat richtig versucht, Fame zu bekommen. Ich glaube, das Ziel bringt dir mehr Fame als dein Love Island Scheiße. Nur hier bist du nicht auf Love Island, weil hier wird nicht die Liebe deines Lebens gesucht. Hier kriegst du den F*** und Sch*** deines Lebens, du kleine Sch***. Aber gucken wir uns jetzt mal diesen metrosexuellen H*** so genauer an. Sein Kanal sieht genau so aus, wie wir sehen, Titelbild, seine schön trainierten Testosteron-Oberarme und an den Händen hat der mehr Schmuck als Mero und Cero. Bro, ich küsse dein Herz, Alter, da sind doch keine Testosteron-Oberarme. Ich bitte dich. Das ist ein Möchtegern. Mero zusammen. Mero, 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 gestrikt und alles wird gelb. Also hab ich dir mich wirklich als ein Mero zu uns sieht, Alter. Warte Scheiße, Alter. Und du sollst ein Vorbild sein? Du willst Lehrer werden? Was willst du denn der Jugend präsentieren? Es ist, glaube ich, wirklich besser in Deutschland, dass ich kein Lehrer geworden bin. Ohne Scheiße. Alle Lehrer bewerten ja Sympathien und die verleugnen das. Und ich bin ja wenigstens ehrlich. Ich hätte dir einfach aus Prinzip immer eine Fünf gegeben. Und das Geile ist, ich würde dir dann die Klassenarbeit zurückgeben. Dann würdest du sehen, dass ich bei Name, deinen Namen weggestrichen habe und dann Achtung aufgeschrieben habe und dir dann die Klassenarbeit wiedergeben. Dann sagst du, Herr Lehrer, warum steht hier Fünf und Huch und Sohn? Ich bin doch gar kein Huch. Doch, du bist ein Huch. An dieser Stelle auch schön. Erst will er, erst will er, erst will er das Wort rauspiepsen und jetzt sagt er es die ganze Zeit hintereinander, ohne dass er es piepst. Schöne Grüße an Jo Justin, das ist meine Kopie hier auf YouTube. Der hat auch ein Video über den gemacht. Checkt mal auf jeden Fall ab, da seht ihr das gleich wie auf meinem Kanal. Wieso redet der auf der einen Seite so und in seinen anderen Videos so seriös? Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ich kenne ja nur Two-Face von Batman und dem Joker. Da gibt es noch Two-Face. Oh, Scheiße, Bruder. Ich muss mir den jetzt einfach geben, damit ich meinen Haar rauslassen kann. Wenn ich was erkläre... Also, na... Wir warten mal noch ab. Ich sag da gleich was dazu. Ich sag da gleich was dazu. Äh, gehobener Rede, wenn... Boah, das ist schon... Boah, was lasst du auf Diskussion mit deinen? Und das Ding ist, ihr könnt sogar dieses Video jetzt schon abbrechen, Leute. Ich schwöre, ich werde den nur beleidigen. Juck, keine Sau, du kleiner... Lutscher. Kleiner perverser... Alter, such dir eine Freundin und fertig. Ah, okay. Also, ApoRed hat da auch angemacht. So, so. So, so. Ähm... Soweit ich mich erinnere, hat ApoRed noch einen großen Bruder. Ich glaub, das war so. Und ich glaub, ApoReds großer Bruder ist auch ein bisschen connected mit der Straße. Wenn ich mich nicht ganz irre. Würde ich auf jeden Fall feiern, äh, wenn dieser, wenn dieser Babak, äh, mit dem, mit dem, äh, ApoRed das mal persönlich klären würde. Ja, keine Freundin, ich will nur dich. Weil ich glaub, ich würde dich wirklich öfter feiern wollen als meine eigene Freundin. Oh, ey, der ABK ist aber auch ein, äh... Boah, der kann aber auch... Also, ganz ehrlich, mit ABK würde ich mich nicht anlegen wollen. Der würde mich, der würde mich, der würde mich zu Weißglut bringen. Ehrlich. Wegen ABK würde ich im Knast landen, glaub ich. Du Hundesohn, warum redest du so? Wie kannst du so über so eine Frau reden? Du kennst die doch gar nicht. Stell dir vor, das wäre deine Schwester, du kleiner B***er. Stell dir vor, das wäre deine Mutter, deine Cousine, deine Nichte. Ja, ich stell mir lieber einfach vor, dass das deine Mutter ist. Dann hab ich auch kein schlechtes Gewissen. Alter. Dieser kleine Sch***er ist zu frech. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal ABK sehe, irgendwann mal auf der... Hier, jetzt hier, jetzt hier. Hört mal, hört mal, was er sagt. Straße sehe oder irgendein, auf irgendeinem Festival oder irgendein, egal wo, Alter. Ich packe den am Ohr, ich nehme das auf. Ich schwöre es auf alles und wenn ich schwöre, dann mache ich das auch genau so. Fuck. Ach, 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 ach. Also, ich weiß nicht, was soll man dazu sagen? Was soll man... Was soll man dazu sagen? Also, ich fände es ja besser, Babak, wenn du dich an, an Gleichaltrigen, äh, misst und wenn du, äh, nicht, äh, dir körperlich unterlegene Leute aussuchst. Anstatt ABK so an den Ohren zu ziehen, komm bei mir vorbei, zieh mir bitte so an den Ohren, nimm das auf. Lass uns das so machen. Nimm mal ABK raus, mach das stattdessen mit mir. Ich stelle mich hier offiziell vor ABK. Und wenn ich dabei sein sollte, während du das versuchst, gucken wir mal, wer wem die Ohren langzieht. Wäre geil, wäre geil, wenn nach dem Lockdown irgendwie so ein YouTuber-Event ist oder so irgendwas, wo man sich trifft und dann, und dann will ich sehen, wie er das versucht. Und dann guck mal, wer wen aufnimmt, wer wem die Ohren langzieht. Ich werde mich auf der Straße sehen. Junge, ich bin geschieden und ich stehe unter Polizei. Ich sag das sogar im Vorfeld. Wird er mich draußen sehen und packen. Ich würde heulen, ich hab nichts gehört. Das Video war nicht ernst gemeint. Sorry. Du weißt es ganz genau. Du weißt ganz genau, wie du den keinen Kindern und auch den anderen Jugendlichen das Geld aus der Tasche ziehst. Du weißt das. Ja, eigentlich weiß ich das so, wie man den Kindern Geld aus der Tasche zieht, aber nein, eigentlich hab ich noch nie so Kindern Geld aus den Taschen getrunken. So bin ich eigentlich gar nicht auf YouTube unterwegs, das weiß man auch. Aber ich weiß, wie man die Kinder beschäftigt. Hey, wie der Armee geht man. Der regt mich richtig auf, der Typ. Ohne Scheiß. Der regt mich richtig auf, wie er so auf Pseudo-aggressiv tut vor seinem Monitor. Digga, digga, digga. Der regt mich richtig auf. Und hinterlasst mal schöne Grüße. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Aber Leute, ich will doch nicht, dass ihr den beleidigt. So bin ich doch nicht. Quatsch. Das will ich doch gar nicht. Auf der einen Seite beleidigst du alles und je. Auf der anderen Seite hast du deinen Na... Der redet von Ohrenziehen und hat auch noch an beiden Seiten Nachhilfe-Kanal. Alter, was bist du für ein Was bist du? Schizophren? Hast du zwei Gesichter? Fünf Gesichter? Zehn Gesichter? Ja, doch, doch. Aber da hat er ein bisschen recht. Ich bin wirklich, ich glaube, schizophren. Ohne Scheiß. Ich weiß selber nicht, wer ich bin. Ich schwöre, ich weiß wirklich nicht, wer ich bin. Ich bin sehr komisch manchmal. Ich verstehe mich selber gar nicht. Ich weiß wirklich vieles nicht, aber ich weiß, dass du wirklich ein So bist. Habt ihr einen... Ey, aber ey. Ja, dem ABK. Ja, dem ABK ist er wohl körperlich überlegen. Eigene Meinung? Genau du. Du guckst gerade zu. Hast du... Guck mal, er hat vor allem ein T-Shirt mit Westco Shoppers an. Westco Shoppers ist eine Marke für Motorradbekleidung. Würde mich ja mal interessieren, ob er tatsächlich ein Shopper fährt. Hast du eine eigene Meinung? Ja, ich habe eine eigene Meinung. Und die ist, dass du immer noch ein Sohn bist. AB motherfucking Kay Abdel Halil, der zwei Katzen hat und immer schön mit denen zu Hause ich muss und auf Transten steht. Ja, weil ich auf Transe stehe, fühlst du dich angesprochen, weil du auch eine kleine Transe bist. ABK Army, ich spreche jetzt zu euch. Ihr habt mich bis aufs tiefste beleidigt. Es reicht einfach nicht. Kommt her, macht ruhig weiter. Das ist viel zu wenig. Es juckt mich kaum. Es prallt an mir ab. Krasser Typ. Prallt einfach an ihm ab. Mashallah. Ihr habt gehört. Devil. ABK Army. Viel Spaß. An alle YouTuber in Deutschland. Ich glaube, die ABK Army hat jetzt erstmal ganz viel Beschäftigung. Die ABK Army hat ein neues Spielzeug gefunden. Er sieht doch aus wie so ein geiler Toyboy. Merk dich. Er sieht doch aus wie so ein geiler Toyboy. Ey, komm, ihr könnt sagen, was ihr wollt. ABK hat ABK hat tausendmal mehr Klasse als der Typ. Wie fake diese Leute sind. Die sind im Fernsehen anständig, reden normal und so. Danach klappt nicht. Dann merken die alles kaputt. Dann kommen die auf YouTube und mucken bei mir so auf. Der hat sich einmal verkauft, der hat nicht geklappt. Ich versuchte, euch ein zweites Mal zu verkaufen. Wird auch nicht klappen. Aber auch wenn du jetzt Abonnenten und Klicks machen wirst nach diesem Video. Glaub mir, das wird dir auf die Dauer nicht gut tun. Vertraue mir. Dafür werde ich auch sorgen. Ach ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie aktiv diese Community da war von ABK. ABK ist... Was? Bruder, was ist das denn? Ei, 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 ei. Okay. Das ist... Bro, ey. Ich sag ja mit ABK sich anlegen. Like this, like quelten. Es läuft bei dir. ABK Army. ABK hat schon wieder Beef mit einer Transe. Ha, 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 ha. Ey. Der... Den muss ich liken, den Kommentar. Ha, ha, ha. Das ist geil. Wenn ich dich sehe, ziehe ich mal an deinen Ohren. Komm nach Wien. In Vienna gibt es... Alter, Junge. 97 Daumen nach oben. Mach alle Daumen. Ich krieg mehr. Junge, 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 Junge. Wenn er mit Dislikes Geld verdienen würde, wäre er jetzt reich. Brudi. Was haben die gemacht mit ihm? Warte mal. So. Was haben die gemacht mit ihm? Das ist ja mal... Alter, das ist ja mal ein Rape auf einem anderen Niveau. Das sind L... Meine Augen sind... Jetzt kommt noch dazu, dass er ein Lügner ist und ein Blöffer. Und der verascht euch. Der macht richtig para. Richtig zaster. Nein, Alter. Ihr fällt darauf rein. Ich will euch ja nichts Böses. Ich will, dass ihr versteht, dass das Fake ist, was er tut. Dass das Fake ist, was er labert. Wenn gerade einer mir eine Knarre an den Kopf fällt, würde ich sowas nicht machen, Alter. Dann knall mich lieber ab. Ich schwör's dir. Drauf geschissen. Dann knall mich lieber ab, Alter. Ihr wisst gar nichts über mich, weil ihr kleine... Krasser Typ. Krasser Typ. Dann knall mich lieber ab. Boah, der richtig... Der richtig furchtlose Typ, Alter. So kann man reden, wenn man noch nie eine Knarre am Kopf hatte. Dann kann man so reden. Ich möchte sehen, dass du so redest, wenn du wirklich mal eine echte Knarre am Kopf hast. Das möchte ich mal sehen. Das möchte ich mal sehen. Wie er sich dann in die Hosen pisst. ...eine Lüge seit und nur das glauben wollt, was ihr glauben wollt von einem fetten, ekelhaften Hund. Und genau das ist die Seite. Social Blade. Da könnt ihr von jedem YouTube... Ach, 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 ach. Social Blade. Warum kommen immer diese ganzen Hater mit Social Blade um die Ecke? Auf Social Blade ist 0,00 Verlass. Guckt euch mal bitte. Guckt euch mal bitte alleine die Range an. 10.600 bis 169.000 im Jahr, ne? Also entweder du verdienst 10.000 oder 169.000. Das ist die Range. Da kannst du einen Scheiß drauf geben. Auf die Range. Da kannst du einfach einen Scheiß drauf geben. Das ist einfach so weit weg von der Realität. Oder hier monatlich. 800 Euro oder 14.000? Bro. Also das ist als Durchschnitt angegeben. Also das ist hier als Range angegeben. Es ist schon was anderes, ob ich 800 Euro verdiene im Monat oder ob ich 14.000 verdiene. Als Social Blade kannst du so in die Tonne kloppen. Und wenn ihr meint, immer der Mittelwert ist richtig, ist auch absoluter Schwachsinn. Also ich seh's ja, ich seh's ja an meinem Account. Ich seh's ja an meinem Kanal. Social Blade scheißt bei meinem Kanal auch richtig rein. Kannst du gar nix drauf geben. YouTuber, äh, gibt ne, gibt ne, gibt ne Real Life Story von mir, wo ich erzähle, wie ich mit 15 Jahren das erste Mal ne Knarre am Kopf hatte. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, das Video. Alles sehen, alles erkennen und genau hier erkennt ihr, wie viel Geld ABK im Monat macht. Und wenn ihr hier guckt und niemals begreifen werden, was es eigentlich bedeutet, halt deine eigene Meinung zu haben und vor allen Dingen sich nicht verarschen zu lassen. Er jeweils den gleichen Trick benutzt, sich selber als total arm darzustellen, um seine Zuschauer dazu zu bringen, um sich das Ganze dann irgendwann im Nichts ver... Ach, er reagiert ja auf Kuchen... Ach Gott. Also, dieser Babak nimmt jetzt die Infos, die er von nem Kuchen-TV kriegt? Okay. Das, äh, das geht zu weit. Also, das überschreitet meine, meine Kapazitäten, äh, an, an, äh, Spastis, die ich aushalte. Zwei Spastis in einem Video sind, sind ein Spasti zu viel. Ich kann mir nicht den Babak unten, unten Kuchen auf einmal geben, Alter. Das ist, äh, wessen Kopf hält denn sowas aus? Untertitelung des ZDF für funk, 2017